Ich weiß gar nicht, wo das ist, aber ich weiß nicht, wo ich bin direkt. Ja, 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 okay, ich frage nach dem Weg. Okay, bleib mal kurz dran, da läuft ein Inder, Alter, ich glaube, der spricht gar kein Deutsch, Mann. Ich glaube, der kann nur Englisch, scheiße. Ja, okay, bleib mal kurz dran, ich frage, ich frage, ich frage. Sorry, sorry, do you speak English? Weißt du, wo, where is street? Warbrookstraße. Warbrookstraße. Alter, spricht er mit mir auf Englisch nur, weil er denkt, ich wäre ein Inder? Was ist nur falsch mit dem? Warbrookstraße, Ort. Ja, ja, guck mal, geradeaus, links. Zweite Ampel, dann bist du schon direkt dort. Thank you, thank you. Ey, wirst du es nicht glauben, ich habe mich gerade so blamiert, Mann, das ist richtig scheiße, ey. Boah, hat der scheiß Englisch gesprochen, ey. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hey, guten Tag. Wissen Sie schon, was Sie wollen, oder? Spielen Sie eine Karte? Ja, ich brauche schon, nein, 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 ich brauche nur ein Bier, bitte. Ein Bier? Genau. Ein Bier? Ja. Aber wir haben nur Bier mit Alkohol, also ohne Alkohol könnte ich mal gucken, aber ich glaube, es ist keins mehr übrig. Ist das schlimm? Ich will ein normales Bier, also. Mit Alkohol? Ja. Beten Sie nicht, beten Sie nicht? War das nicht irgendwie fünfmal am Tag oder so? Wurde ist es denn damit? Nein, das mache ich nicht. Machen Sie nicht? Nein. Wurde ist es ja mit Schweinefleisch, Sie dürfen ja auch kein Schwein, und Alkohol war ja auch nicht okay. Also ich kannte einen, der war so krass, der durfte nur Kuh und Rind und Kalb und Hähnchen essen, was nicht mal auf demselben Bauernhof wie Schwein ist. Das ist aber Quatsch. Okay. Was ist denn mit Kopftuch? Müssen die Frauen bei euch nicht alle Kopftuch tragen? Nein. Wie? Nein, das nicht. Ich kannte einen, der war so krass, der hat sogar seiner Katze ein Kopftuch angezogen. Das interessiert mich nicht, Mann. Bring mir einfach ein Bier. Ich will nur meinen Feierabend genießen. Okay. Ein Bier. Okay, aber Sie sind doch Moslem, oder nicht? Ich bin kein Moslem, nein. Wie? Wie? Der Bad? Bad? Was ist mit dem Bad? Sie haben doch einen Bad. Ja, und? Okay, also ich dachte jetzt wegen dem Bad und Moslem und okay, Sie kriegen ein Bier. Was redest du, Mann? Einfach ein Bier, bitte. Okay, okay. Danke. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hassan, mit Muttlo. Guten Tag. Hallo, Herr Hassan. Hallo. Freut mich. Also Sie interessieren sich für eine Wohnung von unserer Wohnungsgesellschaft. Ist das richtig? Ganz genau, ja. Sehr schön, Sie heute hier zu haben. Also ich habe hier ein Bewerbungsformular. Also ich werde Ihnen einige Fragen stellen. Das gehört zum allgemeinen Bewerbungsprozess dazu. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Ja, klar. Sehr schön. Fangen wir mal mit dem Geburtsdatum an. Wann haben Sie Geburtstag? Ich bin am 22.05.1991 geboren in Bremen. Okay, also nicht der Erste Erste, wie das bei euch sonst immer der Fall ist. Nee, nee, schon der 22.05. Das ist Ihr echtes Geburtsdatum? Ja, ja, sage ich ja. 22.05. Ja. Okay, sehr schön. Geburtsort ist? Immer noch Bremen. Bremen in Antalya? Bremen? Bremen, Deutschland. Bremen. Bremen, Deutschland. Ja, okay. Sehr schön. Sie wollen alleine in diese Wohnung einziehen? Ganz genau. So, wie ich das angegeben habe. Okay. Wie viele Geschwister haben Sie denn? Wenn ich mal so fragen werde. Spielt das eine Rolle? Vielleicht. Zwei. Zwanzig? Zwei. Zwei? Zwei. Die Zahl zwei. Ganz genau. Eins, zwei. Zwei. Okay, Sie haben keine Null vergessen. Sie sind sich da sicher? Ja. Okay. Lügt bei Geschwisteranzahl. Okay. Was machen Sie denn so beruflich, Herr Hassan? Ich bin Tierpflege im Zoo. Tierpflege ist ein anderes Wort für Drogen? Nee, Tierpflege ist das Wort für Tierpflege. Und Zoo ist ein anderes Wort für Haschisch? Nein. Zoo. Sie wissen, also ein Zoo. Ganz normal ein Zoo mit vielen Tieren. Okay. Und Sie arbeiten da offiziell angemeldet? Ja. Okay. Eventuell Schwarzarbeit. Gut. Wie hoch ist denn Ihr Nettoeinkommen? Also das, was Sie auch auf dem Papier verdienen? Eins, zwei. Eins, zwei netto? Ganz genau. Okay. Und wie hoch sind die Einnahmen durch illegale Geschäfte? Null. Sie verdienen nichts? Läuft das Geschäft gerade nicht, oder? Welches Geschäft? Ihr nebenbei-Geschäft, das, was Sie unter der Hand verdienen. Sie machen doch alle krumme Dinger so. Nein, nein. Mache ich nicht. Habe ich nicht. Diese Eins, zwei verdienen Sie offiziell und da ist nichts mehr was da? Oder durch Drogen, Teppiche, oder? Nee. Okay. Schwarzarbeit. Gut. Gut. Mietbeginn ist der erste Vierte. Ist das korrekt? Ja. Wollen Sie vorher schon eine Woche vorher den Schlüssel haben, damit Sie sich irgendwie einrichten können? Gerne. Okay. Wichtig ist, bitte beim Umzug nicht um 22 Uhr alles rübertragen, so wie Ihr das normalerweise macht. Ihr taucht ja immer in der Nacht auf. Also, das ist nochmal wichtig. Die Leute drumherum möchten schlafen und da ist auch bestimmte Nachtruhezeiten und die möchten wir auch gerne einhalten. Ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Nicht, dass Sie mit Ihren Cousins da auftauchen oder sonst irgendwas? Nein. Okay. Letzte Frage. Haben Sie denn schon mal Drogen genommen? Nein. Sind Sie sich sicher? Ja. Nicht mal Gras oder so? Nein. Was spielt das denn für eine Rolle? Ja, weiß ich nicht. Also, bei Euch frage ich lieber. Wären Sie bereit, einen Bluttest zu machen? Einen Bluttest? Ja. Oder Urin abzugeben. So ganz nebenbei gefragt. Warum sollte ich? Warum sollte ich? Nein. Okay. Hatte Vergangenheit mit Drogen. Sehr schön. Ja gut, damit sind eigentlich auch meine Fragen alle beantwortet. Wie Sie sehen, das ist das allgemeine Formular. So leuchtet ein Bewerbungsgespräch bei uns ab in der Regel. Und ich werde dann Rücksprache mit meinem Chef halten, mit meinem Vorgesetzten und wir melden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen. Ist das in Ordnung? Ja, aber Sie brauchen sich nicht melden. Ich melde mich bei Ihnen mit Ihrem Chef. Wir wollten Sie gleich zu einem Kaffeetreffen. Das ist ein Freund von mir. Oh. Ja. Schönen Tag noch. Das ist ein Freund von mir.